Hey! Hey! Spitzleiter! Spitzleiter! Hey! Hey! Spitzleiter! Spitzleiter! Da gibt's ja jetzt zum Schluss, Alter. Da hat man los, aber die Leute. Spitzleiter! Spitzleiter! Hey! Spitzleiter! Spitzleiter! Hey! Spitzleiter! Spitzleiter! Hey! Hey! Spitzleiter! Spitzleiter! Hey! Spitzleiter! Spitzleiter! Vullen back amulis! Was nicht an die Rappenstelle? Das wird so sehr, wenn so ein bisschen ist. Und die sind so ein bisschen geliebt. Oh! 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 1, 2, 1. Ein Torhüter für Toto. Das ist natürlich jetzt ein Komponat. Jetzt können wir hier von der Anfleischung über die Parkesung bis von der Schintz gehen. Aber dann können wir die Wasser aufbauen. Und dann haben wir ein Komponat. Fünfzigste Stil. Das ist ein Komponat.